... mit dabei sind, das heißt, er hat jetzt auf uns hinfachen Rufnern Verhältnisse maßbeschneidert. Dieses maßbeschneiderte Werk hat natürlich jetzt einen bestimmten Vorlauf. Es war sehr spannend, wir haben immerhin seinen Dienstag gelogen in der Hand. Wir haben jetzt in einer sehr, sehr intensiven Probephase uns dieses Stückes angenommen. Es war nicht einfach, aber wir hatten es gestern letztendlich in einer fünfstündigen, schweißbreitenden Probe dann geschafft, alles so zusammenzuführen, dass es ein tolles, großes, ganzes geworden ist. In einer modernen, sehr modernen Klangsprache, aber alles nachvollziehbar und sehr beeindruckend bin ich hier. Ich bin hier so letztendlich, danke schön für den Besuch, danke für die Unterstützung, einen schönen Sonntag. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung, danke für die Unterstützung. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung. Ich bin hier so glücklich, danke für die Unterstützung. Applaus 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 Applaus